Ja, hier bin ich. Ich bin Jorin Ilansaki, Wächter des Wolfententals. Ich bin bekannt dafür knusprig zu sein. Bei mir kannst du verschiedene Sachen sehen, wie zum Beispiel Geisterjagden wie Infasmo, wo wir den Geistern hinterherrennen. Oder wie wir Aufbauspiele spielen und etwas aufbauen oder es zerstören. Wir können natürlich auch deine Spiele spielen. Du kannst sie im Discord vorschlagen und wenn sie zum Content passen, dann werden wir sie natürlich auch spielen. Zuletzt haben wir noch den Wolfsententag. Am Wolfsententag spielen wir mit anderen Content-Kreatoren und der Community verschiedene Partyspiele. Du hast noch nicht genug? Lass ein Follow da und hoffentlich schaust du im Stream vorbei, denn ich möchte dich sehr gerne begrüßen. Ah, wuuuuh! Nein, okay, nevermind. Ah! Nein! Okay, fängt gut an, fängt gut an! Nein!